Die Spark 7 Slam Tour der Kärntner Sparkasse bringt mehr als Bewegung in die Schulen und machte diesmal unter anderem Station im Bundesgymnasium und Marianum-Tanzenberg. Hochwertige Workshops aus den Bereichen Sport, Sprache, Internet Security und Teambuilding bieten ein spannendes und vor allem herausforderndes außerschulisches Know-how. Der Fun-Faktor steht im Vordergrund. Bei den Sport-Workshops stehen vor allem geschicklichkeits- und koordinationsfördernde Übungen auf der Tagesordnung. Wir spielen zusammenspielen, aber Kinder heutzutage spielen nicht mehr so viel zusammen wegen der ganzen Elektronik-Sachen und einfach Kommunikation und Teamwork und Spaß. Aber nicht nur Schülerinnen und Schüler werden hier gefordert, auch Professoren machen hier neue Erfahrungen und nehmen neue Denkanstöße und Motivationstechniken in ihren Unterricht mit. Ja, sehr viele gute Ideen. Es macht mir selber sehr viel Spaß. Ich glaube, ich bin hier genauso viel Kind wie die anderen noch. Ja, super Ideen einfach. Wir sind es auch nicht gewöhnt oder gewöhnt, dass einfach 60 Kinder in Antunsohl so gut beschäftigt werden können. Ich bin sehr froh, dass ich mit Spark7 zusammenarbeiten kann. Nicht nur in dem Bereich, sondern auch bei den Snowboardern und für uns eine klasse Ergänzung. Mit voller Begeisterung, Teamwillen und einem wichtigen Zusammenspiel aus Zusammengehörigkeit und Vertrauen werden einige Hürden locker überwunden. So motiviert setzt man gemeinsam einiges um. Ja, also das Rennen war sehr cool. Und da gibt es Fußball sehr viele Auswahlen. Ich finde es extrem cool. Ich finde jetzt nicht, dass es jetzt um den Wettkampf geht, weil man macht es ja gegeneinander, sondern mir geht es eigentlich nur um Spaß. Also erstens haben wir da dritten bei den Parcours und die Geschicklichkeit. Denn da auch so über den Pilatisch, dass die Spiele viel Spaß machen und so. Auch dritten beim Fußballding ist es ziemlich cool heute der Tag, ja. Heute waren sie sehr super, waren sehr kritisch auch. Das Niveau war sehr hoch und ich war überrascht, welche Fragen überhaupt kamen. Also da haben wir wirklich gut gearbeitet gemeinsam und alles wurde den Schülern beantwortet. Also zunächst einmal versuche ich die Kids zu sensibilisieren für Dinge wie, wie baue ich Vertrauen auf, was bedeutet es Rücksicht aufeinander zu nehmen, woran muss ich an mir selber arbeiten, um der Gruppe im Prinzip helfen zu können und wie kann ich Vertrauen kreieren und Kommunikation zu fördern. Das sind eigentlich so ein paar Kernelemente des Workshops und versuche halt mit Spielen die Kids dafür zu sensibilisieren und das auch ein bisschen in die Praxis zu übertragen. Die Spark 7 Slam Tour der Kärntner Sparkasse ist einfach etwas Außergewöhnliches und so wird das Luftgitarren-Duell unter tobendem Applaus zu einem der Highlights eines unvergesslichen und abwechslungsreichen Schultages der anderen Art. Der Kölger Und der Kölger muss was nicht kommt, Herr Arnold klatschen! Vielen Dank.